Das Kino, Theater, Hallo, könnt ihr mich verwirren? In Trier gibt es ein Museum oder Trier heißt es? Okay? Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein Wochenende. Und morgen viel Spaß mit Annika. Tschüss! Okay. Okay. Das ist ja die Medikamente. Wenn du kaufst. Genau. Sie haben gesagt, dass... Alles gut. Aber wie geht es hier? Ja, viel besser. Viel besser oder bisschen? Ja, viel besser. Hier sieht kleinere aus. Es ist nicht so dick jetzt. Okay. Da war so angeschwollen jetzt. Nicht so. Ist es noch warm oder? Nein? Nein. Genau so. Ja, okay. Die selbe. Ist kleiner geworden auch. Okay. Also gut. Und immer noch aufpassen. Kein wirklich Training machen. Bisschen, bisschen. Bisschen kann Training. Aber wirklich aufpassen. Okay. Und wie war beim Arzt? Musstest du auch sagen? Ich bin Ausländer. Ich hab so gesagt. Hast du gesagt? Aber die Doktor hat gesagt, mein Deutsch ist sehr gut. Ja. Super. Nein. 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 Ich will in die Prise gehen. Ja. Ja. Nein. Die alle sind so. Ja. Ja. Jeder wirklich. Weil das ist normalerweise, unser Preis ist mehr. Höher. Eurer. Okay. Okay. Aber wieso dieses Mal ein bisschen weniger? Ein bisschen weniger. Aber warum? Warum? Ja. Ähm. Diese drei sind hier. Okay. Da hat die Kollegin, denke ich mal, mit dem Gina... Ja. Kafe Runda. Ja. 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 Ohhh. Ja. 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 I find my way to shine, it's in the shade Tonight it comes to life Tonight it comes to life Today it comes to life It's now a bridge It's from Luxembourg to Germany I walk to the country I walk to the country I walk to the country I run away by the country I walk to Kitchen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020